Felix Kretler ist da. Gerade haben Sie ihn im Beitrag gesehen. Er ist Vorsitzender des Regionalen Clubverbandes. Herzlich willkommen bei uns. Warum wird es höchste Zeit für Nachtbürgermeister? Ja gut, höchste Zeit für Mannheim ist es natürlich Mann im Vorne wie immer. Mannheim hat den ersten Nachtbürgermeister in Deutschland. Insofern ist es zwar höchste Zeit, weil wir weiterhin lebendige Clublandschaft auch brauchen. Es ist viel im Umbruch gerade. Insofern ist es immer gut, das jetzt zu haben, bevor irgendwie richtige Probleme aufgetreten sind, um die eben gar nicht erst aufkommen zu lassen. Denn wenn es dann etwas zu spät ist, dann hat er meistens richtig Probleme, vor allem das dann wieder zu bekämpfen. Insofern glaube ich, sind wir genau richtig mit der Zeit. Wir haben es ja eben gehört, er muss so ein bisschen vermitteln im besten Falle zwischen Clubszene und Anwohnern. Welche Qualitäten muss er denn noch mitbringen? Ja gut, das Kommunizieren ist ganz wichtig, aber man kommuniziert nicht nur mit den Anwohnern und dem Partyvolk. Vieles auch mit Verwaltung und Politik. Insofern sollte man auch ein bisschen Erfahrung haben, was in der Branche angesagt ist, was die Problemstellungen sind. Das heißt, wenn man Erfahrungen mitbringt in diesen Bereichen und gleichzeitig auch noch die Belange von Verwaltung und Politik kennt, also so ein bisschen die Sprache auch sprechen kann, dann ist es wirklich von großem Vorteil. Und dann kann man, glaube ich, teilweise ganz kleine Themen oder Probleme ganz schnell überwinden. Es sind da jetzt noch einige Herrschaften, die zur Wahl stehen. Welchen Background haben die? Was bringen die mit? Also die Bewerberlage war wirklich super. Also hätten wir nicht gedacht, das ist ja auch ein Experiment, weil wir die ersten in Deutschland damit sind. Wir hatten total viele gute Bewerbungen, also es ist ja auch nicht selbstverständlich. Und da ist wirklich alles dabei. Vom Studenten, der an der Popakademie ist, über ehemalige Clubbetreiber, Barkeeper, Koch, Jung und Alt, Frauen, Männer, unterschiedlich viel Erfahrung. Teilweise auch Kommunikationsexperten, die da mehr Erfahrung haben. Also da ist eine ganz große Bandbreite dabei. Das ist super spannend. Also jeder kann sich auch online schon anschauen. Das ist ja jetzt dieses Votingverfahren. Und ich glaube, da gibt es auf jeden Fall schon Kandidaten, die wir uns sehr gut vorstellen können. Dann hoffen wir mal, dass da ein guter Kandidat gewählt wird. Bisschen Zeit ist ja noch, für die Mannheimer da die richtige Wahl zu treffen. Und dann herrscht hoffentlich auch Ruhe zwischen Partygängern und Anwohnern, weil jeder hat da irgendwie das Recht auf das, was er am liebsten mag. Dankeschön für den Besuch. Danke sehr.